Die Funktionen Aufrunden und Abrunden Diese beiden Funktionen runden Zahlenwerte auf eine angegebene Anzahl Nachkommastellen auf oder ab. Um die Funktion Abrunden anzuwenden, geben Sie in die Zelle B2 folgende Formel ein. Die Zahl in der Formel gibt an, auf welche Kommastelle gerundet werden soll. Das Aufrunden funktioniert analog zum Abrunden. Schreiben Sie in die Zelle B2 folgende Formel, um die Zahl aufzurunden. Um auf andere Stellen zu runden, bearbeiten Sie die Formel. Doppelklicken Sie auf die Zelle B1 und ändern Sie zum Beispiel die Zahl 2 auf 3 ab. Oder wollen Sie auf eine Kommastelle runden? Dann editieren Sie die Formel erneut und ändern die Zahl auf 1. Mit 0 runden Sie auf eine Ganzzahl und mit Minus 2 auf die Zehnerstelle. Tak, als Sie auf eine Molte gewinnahmen können. Dann schieben Sie auf die Zelle B2 eine Sch irmete so auf die Zelle B2. Dann schieben Sie auf die Zelle B2. Untertitelung des ZDF, 2020